Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Ja, 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 ja. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Okay, Florian 1, kapiert. Ja, schön, geschafft kapiert. Los geht's. Florian 1. Warum heißt denn eigentlich Florian 1? Hä? F? Ah, wahrscheinlich wegen F für Fahrzeug, oder das Florian. Ach komm, ey, können wir vielleicht... Können wir doch hier auf eine Tür schiefern? Scheiße geht nicht. Na gut. Tor auf. Eck, oh. Wir haben auch irgendwo... Kann man auch irgendwo die Kamera wechseln? Nein. Äh, nein. Äh, jetzt Blinker. Brauchen wir nicht. Hm, ach, hier oben ist irgendwas mit F5. Ja. Hey, Leertaste ist das. Geil, Tokio drin. Florian 1, ein Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Oh, cool. Nur ein Triff nochmal. Yeah. Warte, war hier Rondomedia oder was? Ja, was war das? Hey. Ja, natürlich. Eigenwerbung vom Entwicklern in ihrem Spiel. Ah ja. So. Und was soll ich jetzt hier tun? Du, 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 du. Puh. Uah. Scheiße. Okay. Kann man vielleicht so mit abbremsen? Veränderung fahren. Ah, Leck. Nein. Oh Gott, der bricht ja direkt immer aus. Ja, ja. Florian 1, ein Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Okay. Einsatzbefehl für Florian 1. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begibt die schnellstmögliche. Florian 1, ein Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Juhu. Los geht's. Äh, Kanji, komm mal. Ganz kurz. Äh, Pause. Hm. Äh. Mal kurz in den Kalkantuch gucken. Die Kamp... Die Map da unten dürfte... ...etwas knallen. Äh. Kurz gucken. Nein. Das meiste ich nicht wissen. Steuerung. Nein. Fahrzeug spezifisch nicht. Ach, ne. Minimap, aha. Du kannst ihn mit der Komma-Taste ein ausbinden, verstanden. Nutze Plus Minus auf Nummer... Ach, die Zoom Plus Minus Nummer Block. Erstanden. Ach, da ist es ja schon. So. Äh, Scheiß, ich hab mich schon ein bisschen schlau gemacht. Boah, wie wir das spielen... Ja, die kundlegende Enten, Schadenenken, kenn ich. Äh, ihr habt das also nicht grad mit nem Vollmutzig. Wir haben eins an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oder? Ich seh hier nix. So. So, komm mal rein. Ach, nee. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Okay. Scheiße. Diese Kack-Fahr-Physik. Er hat sich die ausgedacht. Ja. So. Ja, jetzt ist mein... Ja, da hinten brennt es. Feuerdöcher. Äh, wo war... Äh, falscher Gang. So. Komm, 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 komm. Ein freien in der Schallschrank. So. Erfolgreich gecheckt. Wunderbar. Einparken. Einsteigen. Blauer Licht aus. Außenansicht. Und ein komischen Fahrzeug da voll. Und 100 Punkte. Uff, der Map ist ne... Ah! Fucking shit! Oh. Dieser Fahr-Physik wäre sich die ausgedacht. Direkt hier so übelst. Um... Ausbrüchen. Ach, egal. Komm, den Rammer. Jetzt. Bam! Stirb, Bastard! Bauts! Jawoll! Nein, du entwichst mir nicht! Bautsch! Hey, Hangar! Hey, guck auf Flugzeug drauf! Hupfen, so. Okay. Jetzt guck mal auf Flugzeug zu kommen. So. Scheiße! Naja. 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 Oh, fuck! Oh, fuck! Lässe ich das scheiße steuern? Naja. Ich hab Bock auf Kaffee. Los zur Wache. Kaffee saufen. Egal, weil das Rantum-Shopper-Funk-Bereich... ...muss auch schon. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Na, jetzt fahren wir zum Fronteingang. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Na gut, das heißt ja Florian 1. Steht für F. Wahrscheinlich. Na, ich bin dafür. Wir nennen es Fritzl 1. Ja. Hey, komm, wir abstimmen. Äh. Ne. Einsatzbefehl für Florian 1. Ey, ich bin ja Kaffee. Da fickt der Scheiße. ...wurde ein Alarm gemeldet. Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begibt die schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Passt auf euch auf. Ja, kaputt. Florian 1 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Danach gibt's aber Kaffee. Oh, Quatsch. Ähm, ne. Ja. Ja. Puh. So. Da-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta-tü-ta-ta-tü-ta. Da-tü-ta-tü. So, wer den Fehler findet, darf ihn behalten. So. Wir fahren jetzt. Wir fahren. Und fahren. Boah, leg mich am Arsch! Die sind aber ziemlich kurzfristig aufgebobbt. Und machen die Stadt. Hey Arschloch, komm! Die Vorfahrt. Ich hab Vorfahrt, ich hab Blaulicht, ich hab Vorfahrt. Boah, die Fahrphysik. Die ist ja großartig. Ja. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Nein. So. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Wahrscheinlich oben. Dich. 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 Ey, Schlampe. Ey, komm, ich spritz dich an. Ja, 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 ja. Okay. Alles klar. Das. Die. Die. Äh, ja. Nett. Wahrscheinlich. Andere weiter. Ähh. So. Ja. und hier was es war nur ein Fehl-Alarm, verstanden. Vor allem, dafür haben wir uns nicht wirklich gekommen. Die könnten auch einfach... ...feuerlich an die Wand hängen, das müsste reichen. Was man macht auf meinen Karre? So. So. Ah, fuck! Hat er gerade krukelt? Oh. Boah, blick. So. So. Das geht's, zurück zur Wache. Äh. Er kann ja auch schlafen. Ah, gut, da schlaft man eine Runde. Ah, gut. So, räumen wir den da mal Äh, verfehlt aber den da BAAAM Hey, was passiert denn schon? Das räumen wir Ach, egal Oh, leck Ja, stand VOR 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen Ihr könnt mir auch nicht mal einen Kaffee Deutsche verdammten Wichser Hier, starten das Flugzeug Komm, den kriegen wir noch Ja, wunderbar Und los geht's Boah, ist das ein weiterer Strick Ja Oh, ach, dann qualmt es sogar Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen Wow, geil Geil, Explosion Es hat explodiert und ich war mir schon drehen Verdammte Scheiße Mir war egal Das wichtigste Müllsäcke So, löschen Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk Ja So Jetzt gibt's Kaffee Und wir nicht So Ach, bald ist die Schicht eh zu Ende Okay Okay Oh Gott Oh, hier rein Dort voran ist der Topcourt hier Dort ist die Fahrzeugkongel Scheiße, ich Ach, komm, ich war's direkt hinten hin Nur schnell waschen Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache Und hier wird jetzt Hier ist um Fahrzeug gekümmert Wo, zum, ach, hier ist das Schnell Fahrzeugfraschen So Okay Okay Und hier ist die Fahrzeugkongel So Sauber Dort drin Eh, wie hat er dort so gemacht? So So Partner, Fahrzeugkongel Bäh, sch***t So Oh ja Kann ich das Feuerlöscher irgendwo austauschen? Feuerlöscher 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 Ach, scheiß drauf drei ich noch für einen Tag Wir machen jetzt Feierabend Wo heißt die Stempel, oder? Stempel Nein Deine Schicht ist seit vier Stunden vorbei Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend Ich wollte jetzt gerade heimgehen Zaunkontrolle? Ja, scheißegal Ähm Zaunkontrolle So, Zaunkontrollieren? Ach egal So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ciao, ciao